Warum kommt es mir so vor, dass Theologen Bremskeile des Satans sind? Theologen haben fünf Jahre Gotteslästerung studiert und sich damit qualifiziert, die Gemeinde nicht zu heiligen, weil es die Theologen eben nicht stört, wenn die Gemeinde nicht zur Braut gemacht wird. Sie haben sich qualifiziert, dass sie Gottes Heiligkeit nicht kennen. Sie haben sich qualifiziert, dass sie Gott nicht kennen. Sie hängen an Titeln und Geld und deshalb machen sie bei allem mit. Bei Teddy findet man im Normalfall keinen Porsche und bei HKM-Pastoren nicht Gott. Der Pastor ist die eierlegende Wollmichsau, dem wir unseren Zehnten opfern und der uns dann predigt, dass wir in den Himmel kommen und uns beim Sündigen nicht stört und uns sonntags mit guter Rhetorik unterhält. Es ist ein System der gegenseitigen Suchtabhängigkeit entstanden. Geld gegen gutes Gewissen. Der Pastor macht einen Job wie ein Showmaster und die Christen werden zu Zuschauern und das ist wirklich nicht biblisch. Wen Gott aufweckt, der muss mit diesem kirchlichen Heuchelprojekt brechen. Es sei denn, in einer Gemeinde gehen Älteste auf die Knie und Pastor und Gemeinde folgen ihnen in aller Heiligkeit. Dann ist der Pastor nicht im Zentrum, sondern Jesus selbst. Was ist für mich der größte Segen in keiner Gemeinde zu sein? Erstens, keine lauen Vorbilder. Zweitens, kein Anpassen an die laue Lehre. Drittens, kein Abschieben der Verantwortung an den Pastor. Viertens, Eigenverantwortung zum Forschen in Gottes Wort, zur täglichen Auslieferung an Gott, zur Fürbitte, dass Gott Menschen im eigenen Umfeld aufweckt. Ich fordere Christen auf, wach und eigenständig zu werden, eigenverantwortlich zu sein. Jeder reife Christ sollte die Qualifikation zum Ältesten anstreben und Menschen um sich versammeln, die kompromisslos leben möchten. Nur wenige Gemeinden werden diesen Weg gehen wollen. Sie stecken in Tradition, Religion und Religiosität fest und verkündigen einen anderen Jesus, nämlich den Jesus, den die Menschen hören wollen. Sie verkündigen einen breiten, einfachen Weg zu Gott, ohne Anstrengung und ohne Nachfolge, wie im Schlaraffenland. Klar, dass viele darauf hereinfallen.